Hi, ich bin's, Niki. Ich wollte heute über meine Nichte sechs verschiedene Sachen, also insgesamt drei Sachen, was ich über sie, also was ich von ihr mag und drei Sachen, was ich von ihr vielleicht nicht so gerne mag. Und die sitzt gerade hier auf dem Bett und ich würde sagen, komm doch mal her zu mir. Hallo. Ja, fangen wir an mit den Sachen, die ich nicht mag, weil dann hast du jetzt gleich schon mal das Schlechte über dich im Werk, aber ich glaube, es gibt nicht viel Schlechtes. Ich hab dich ja lieb. Also, ich mag an dir nicht so sonniglich gerne, wenn du manchmal ziemlich zickig bist, wenn wir mal manchmal Diskussionen haben, wie zum Beispiel heute Vormittag diese Diskussion mit dem Essen. Ich hatte keinen Hunger und sie hatte Hunger heute Morgen und wollte unbedingt mit mir zusammen was essen, obwohl ich keinen Hunger hatte. Ihr habt dann einfach nur gesagt, Fabienne, ess doch selber einfach was. Ich kann dir gerne was machen. Ich kann dir aber auch ein Brot abschneiden, dann kannst du dir selber was essen. Aber nein, ich warte, bis du Hunger hast. Und dann hast du das dann auch wirklich gemacht. Also, nee. Also das ist so eine Sache, so Diskussionen, du bist äußerst Diskussionsfreundlich. Ja. Sonst noch, wenn ich manchmal, wenn ich einfach nur meine Ruhe haben möchte und ich es ihr vielleicht auch in einem freundlichen Ton sage, zum Beispiel Fabienne, ich möchte jetzt gerade mal fünf Minuten oder so meine Ruhe haben, dann macht sie das halt manchmal. Einspruch. Bei dir sind fünf Minuten zehn Minuten. Und dann komme ich nach fünf Minuten und dann sagst du wieder in fünf Minuten. Ja, ist ja gut. Aber manchmal, wenn ich halt einfach nur meine Ruhe haben möchte und einfach mal Zeit für mich möchte, nö, macht sie halt einfach nicht. Die kommt halt einfach immer wieder und immer wieder und immer wieder und so, das war die zweite Sache. Und eine dritte Sache? Wir haben eine dritte Sache über dich so negativ ein bisschen? Nö. Ein bisschen nervig vielleicht. Aber das gehört, glaube ich, dazu. Ich glaube, wenn wir Schwestern geworden wären, mhm. Ja, ist so. Dann die positiven Sachen. Jedes Mal, wenn ich sie sehe, mhm. Deutsch. Jedes Mal, wenn ich sie sehe, sie ist so süß aus, sie ist günstig, jedes Mal knuddelt, sie ist so eine süße kleine Maus, das glaubt mir keiner. Mhm. Okay. Sie ist so süß und so nett und akzeptiert mich einfach so, wie ich bin. Und das ist einfach toll. Dann, sie ist schon relativ, ich sag jetzt mal, reif in Anführungszeichen. Man kann mit ihr über Sachen reden. Worüber haben wir gestern gesprochen? Über, 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 wo man nicht, nicht sein sollte. Ja, dass man halt dankbar über sein Leben sein sollte und so. Da habe ich mich gestern mit ihr so lange drüber unterhalten. Das ist so krass. Man kann sich mit ihr über so viele Erwachsenen Sachen über unterhalten. Sie versteht schon so viel. Das ist toll. Aber trotzdem sagst du, dafür bin ich noch zu klein, wenn ich was wissen will. Ja, dafür bist du wirklich noch zu klein. Ja. Ähm. Ja, was gibt es noch für positive Sachen? Ähm. Ein drittes Mal. Sie ist freundlich. Sehr freundlich. Jedermal, wenn ich, oder wenn, wenn ich halt jemanden aus Zufall in der Stadt vielleicht treffe oder so, dann begrüßt sie den halt auch ganz freundlich und steht halt nicht so da und denkt sich so, hm, ne, ich geh jetzt da mal wieder, sondern sie steht halt einfach da, hallo, ich bin die Familien und bin die Nichte von der Nicole und ja. Ja. Also, um auf unseren Kanalnamen nochmal zuzugreifen, wir sind Tante, also ich bin ihre Tante. Sie ist meine Nichte. Das heißt, deswegen ist das so ein kleiner familiärer Kanal, weil ich alleine irgendwie keine Lust und irgendwie hatte was zu machen und Fabi und Niki, weil Niki, weil Nicole und Fabi, weil Fabienne. Ja, genau. So. Hast du noch irgendwas zu sagen? Hast du irgendwas auszusetzen an meinen Aussagen? Äh, nein. Nein? Nein. Das ist sehr schön. Ja, hab schon alles gesagt. Also, das wär's dann erst mal mit dem Video. Also von ihr kommt jetzt dann, ihr könnt dann unten drunter oder ich verlege euch das Video unten drunter in der Infobox, dann könnt ihr unten drunter schauen, dass ihr das andere Video von ihr anschaut. Also halt, wo sie halt dann sechs Fakten oder sechs Sachen über mich sagt, was ich gerne mag. Also drei, was sie mag und drei, was sie nicht mag. Ja. Und wir würden uns über einen Daumen nach oben freuen. Und wie immer natürlich. Ja. Gut. Tschüss. Schön, dass ihr eingeschaltet habt.